Heute geht es wieder um GeoGebra und was der Schiebregler so kann und wozu so ein Schiebregler überhaupt hier ist. Wir befinden uns in GeoGebra 5. Algebrafenster, Grafikfenster und Eingabezelle sind eingeblendet. Über den Rechtsklick habe ich mir das Koordinatengitter anzeigen lassen. Hier befindet sich der Schiebregler und was der so kann, das schauen wir uns jetzt an. Als erstes erstellen wir uns einfach einmal einen Schiebregler. Einfach ein Klick in ein leeres Feld. Ich benenne ihn jetzt mit klein c. Und das soll eine Zahl sein von 0 bis maximal 15. Die Schrittweise mit 0,1, also es wird immer angeben 0,1, 0,2, 0,3 und so weiter bis 14,8, 14,9 und dann maximal 15. Übernehmen und schon habe ich hier so einen Schiebregler. Mit Escape verlasse ich das Menü und hier kann ich nun den Schiebregler aktivieren. Und ich habe hier jetzt eine Zahl, die je nachdem wie der Schiebregler reagiert, sich ändert. Also ich stelle ihn hier mal auf 4,7 und nun kann ich eine Strecke erzeugen, die den Parameter dieses Schiebereglers übernimmt. Wir machen das jetzt einfach. Ich erzeuge mir als erstes einen einfachen Punkt, der Punkt A. Gehe aus dem Menü heraus und wähle hier Strecke mit fester Länge. Wenn wir darüber fahren, wähle einen Punkt und gebe die Länge der Strecke ein. Einerseits könnten wir jetzt den Punkt eingeben und die Länge 12. Dann erzeugt uns GeoGebra hier eine Strecke mit der Länge 12. Jedoch wollen wir eine andere Länge und zwar die Länge dieses Schiebereglers, weil diese kann dann variieren. Die Länge ist C, weil der Schiebregler heißt C. C ist eine Zahl und je nachdem wie der Schiebregler eingestellt ist, kann sie zwischen 0 und 15 in der Schrittweite 0,1 agieren und sich ändern. Mit OK bestätigen, Escape aus dem Menü heraus und nun kann der Schiebregler sein Werk vollbringen. Und ja, ich kann den Punkt B auch verschieben. Alles kein Problem. Ich kann nur nicht verlängern oder verkürzen. Nur über diesen Schieberegler. Das ist eigentlich im Wesentlichen die Aufgabe eines solchen Schiebreglers. Er kann eine Zahl oder etwas beliebig anderes genauso einstellen, wie man es eben gerade haben möchte. Anwendungsmöglichkeiten gibt es Dutzende. Problematisch ist es nur, dass es sehr kompliziert sein kann. Eine einfache Anwendung sehe ich im Dreieck wieder mal. Dazu können wir uns noch einen Schiebregler erstellen. Ich erstelle den direkt darunter. Und ich taufe ihn nicht B, sondern Alpha. Und das soll ein Winkel sein. Ein Winkel zwischen 0 und, ich sage maximal 180 Grad. Die Schrittweise gebe ich mit einem Grad ein. Übernehmen. Und hier ist mein Schiebregler. Hier auch wieder. Von 0 bis 180 Grad. Ich stelle ihn mal so mittig ein. Ungefähr. Und jetzt will ich hier ein Dreieck erzeugen. A, B und C. Wobei der Winkel Alpha variabel ist. Und zwar durch diesen Schiebregler. Ja, wie das jetzt funktioniert. Unter Winkel gibt es auch Winkel mit fester Größe. Ja, und statt direkt Grad einzugeben, gebe ich einfach Alpha ein. Hier wähle ich einen Punkt, dann den Scheitelpunkt. Ich wähle jetzt den Punkt. Der Scheitel soll dann A sein. Und der Winkel soll nicht 45 Grad lauten, sondern Alpha. Die Drehung erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Ich lasse das so. Und gehe aus dem Menü heraus. Und jetzt habe ich einen Punkt B' Weil ich bin ja von Punkt B ausgegangen. Nun kann ich diesen Punkt noch umbenennen. Ich werde ihn statt B' einfach C taufen. Dann haben wir ein einfaches Dreieck ABC. So, C. Nun sind wir schon fast soweit. Wenn wir jetzt hier den Winkel eben verstellen. Und hier wird uns der Winkel angezeigt. Den kann man natürlich auch ausblenden bei Bedarf. Dieser nennt sich jetzt Beta, weil Alpha ist schon vergeben. Dann nenne ich diesen halt eben den Winkel Omega. Und diesen hier nenne ich Alpha. Äh, Alpha. Dass das so den typischen, unter Anführungszeichen, Vorgaben entspricht. So, jetzt habe ich mir hier sozusagen fast schon fertig ein Dreieck konstruiert. Über das Polygon-Werkzeug, also Vieleck erzeugen. Erzeuge ich mir ein Vieleck durch diese Punkte. Und habe hier auch drei Strecken. Jetzt kann ich das Dreieck vergrößern, weil ich ja hier die Strecke verlängere. Und den Winkel kann ich natürlich auch verändern. Und die Seite verlängern und wieder den Winkel verändern. Wie ich möchte. Was ich jetzt nicht kann, ist diesen Punkt C verschieben. Ich kann bei Bedarf nur B verschieben und somit das Dreieck kippen. Ja, das ist das Einzige, was ich noch tun kann. Ebenso das ganze Dreieck verschieben. Aber dafür kann zum Beispiel der Schiebregler verwendet werden. Layout-technisch natürlich nicht so klug gewählt. Man müsste jetzt hier alles umformatieren. Wichtig ist es, dass man jetzt verstanden hat, wie so ein Schiebregler funktioniert. Es gibt hier natürlich mehrere, also dutzende Anwendungen in den Menüs sind vor allem Strecke mit fester Länge und Winkel mit fester Größe dafür geeignet, dies zu fabrizieren. Eine weitere coole Funktion ist noch die Animation. Und zwar durch GeoGebra ist es möglich, so einen Schiebregler von selbst laufen zu lassen. Mit einem Doppelklick gelangen wir hier ins Menü und wir können hier unter Animation eine Vielzahl an Einstellungen vornehmen. Wechseln zunehmend, abnehmend oder zunehmend einmalig. Heißt im Prinzip wechselnd, es geht immer hin und her. Also die Animation beginnt von vorne nach hinten und dann von hinten nach vorne. Zunehmend heißt nur nach vorne, abnehmend nur nach hinten und zunehmend einmal und dann nicht mehr. Als Geschwindigkeit wähle ich jetzt hier 3 und kann dann schließen. Und wenn ich jetzt mit einem Rechtsklick auf den Winkel die Animation einschalte, dann läuft dieser Winkel vollautomatisch. Die Anwendung ist hier eher nebensächlich. Hauptsächlich sollen wir nur betrachten, wie so ein Schiebregler funktioniert und was er alles kann.